Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalam ala ashraf al-anbiya wa mursaleen, nabiina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Liebe Geschwister im Islam, erstmal Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ich bin sehr froh, dass wir uns heute wieder in einem privaten Gebäude getroffen haben. Das haben wir jetzt in dieser Woche schon das dritte Mal gemacht. Das ist jetzt unser neues Motto. Weil wir wissen ganz genau, dass viele Moscheen auch sehr stark unter Druck stehen. Weil immer wenn du praktisch auch Spendeneinnahmen, Spenden einnehmen willst und so weiter, da brauchst du ein, wie nenne ich das nochmal hier, dieses Gemeinschaftsgedönster Gemeinnützigkeit. Und natürlich versucht man die Leute unter Druck zu setzen, deswegen ist es auch manchmal nicht so einfach. Wir haben im Jahre 2005, als ich in Mekka studiert habe, bin ich im Sommer aus den Ferien gekommen, nach Deutschland, in Sommerferien nach Deutschland gekommen. Da habe ich den Ibram Abunaji damals getroffen, in der DITIB-Moschee. Und der hat zur damaligen Zeit dort Unterricht gemacht, für die Jugendlichen. Und wir haben uns damals Gedanken gemacht, wie wir den Islam in jedes Haus in Deutschland reinbringen können. Das war unser Ziel. Und das ist, hier möchte ich erstmal festhalten. Jede Arbeit fängt mit einem Ziel an. Ein Mensch, der kein Ziel hat, kann nichts erreichen. Ein Mensch, der kein Ziel hat, der kann auch nicht glücklich sein. Der Mensch braucht ein Ziel. Der Mensch ist keine Kuh, die einfach nur auf die Wiese geht, frisst, schläft und so weiter. Sondern der Mensch ist ein Lebewesen mit Bewusstsein, der ein Ziel braucht. Unser Ziel war, den Islam in jedes Haus zu bringen. Warum? Weil wir den Islam lieben. Allah sagt im Koran, in Surah 2, Vers 165, Und von den Menschen gibt es welche, die sich neben Allah Rivalen nehmen. Und diese Rivalen so lieben, so lieben, wie man nur Allah lieben soll. Und diejenigen, die gläubig sind, die sind heftiger in ihrer Liebe zu Allah. Und deswegen ist die Liebe zu Allah eine der gewaltigsten Eigenschaften des Gläubigen. Die, diese Modernisten, die jetzt versuchen aufzumucken, die versuchen immer zu sagen, ja, diese Salafisten, das ist ja der neue Begriff für uns, wir nennen uns nicht Salafisten, aber die nennen uns so, deswegen kommst du gar nicht mal an den Begriff rum, die reduzieren die Religion auf Äußerlichkeiten. Ne, wir reduzieren die Religion nicht auf Äußerlichkeiten. Wenn man mal auf unsere Videos geht, dann wird man sehen, dass in den meisten Videos gar nicht um Äußerlichkeit geht, sondern dass in den meisten Videos um das Herz geht, um das Verständnis geht. Aber wir reduzieren die Religion auch nicht auf Friede, Freude, Eierkuchen. Das ist das nämlich. Weil hier hat man zum Beispiel mit Leuten zu tun, die die Religion reduzieren. Sie redindizieren die Religion auf, ach ja, Hauptsache ich glaube. Ja, und jetzt? Was bringt dieser Glaube? Was ist Glaube überhaupt? Was ist das? Ist Glaube einfach, ich schreibe mir auf die Stirn, Muslim? Ist Glaube einfach, ich sage, ich bin Muslim? Ist Glaube einfach, ich glaube daran, aber mache nichts? Oder ist Glaube einfach, ich halte das für wahr? Aber wenn das für wahr halten, das einzige für wahr halten, Glaube wäre, Glaube, der im Koran gemeint ist, nicht Glaube im linguistischen Sinne. Ja, Glaube im linguistischen Sinne ist, ich glaube, ich halte für wahr, ich glaube dir, was du gesagt hast. Das ist Glaube im linguistischen Sinne, aber nicht Glaube im islamischen Sinne. Glaube im islamischen Sinne ist viel mehr als das. Wäre das bloße für wahr halten Glaube, das bloße für wahr halten Glaube, dann wäre Iblis ein Gläubiger gewesen. Und Iblis ist der Scheitan. Weil Iblis wusste ganz genau, Allah hat mir diesen Befehl gegeben. Dass Allah ihm diesen Befehl gegeben hat. Iblis wusste ganz genau, Allah hat die Welt erschaffen. Iblis wusste ganz genau und weiß ganz genau, Allah hat ihn erschaffen. Iblis weiß ganz genau, dass er am jüngsten Tag in die Hölle gehen wird. Aber ist er ein Gläubiger? Natürlich nicht. Das ist der Rasul Kufar. Der Kopf des Kufars ist das. Natürlich ist er kein Gläubiger. Obwohl er weiß, dass das richtig ist. Obwohl er weiß, dass Allah die Macht hat. Obwohl er weiß, dass Allah erschaffen hat. Obwohl er weiß, dass Allah... Trotzdem ist er kein Gläubiger. Warum? Weil dieses für wahr halten reicht nicht. Reicht nicht. Sondern der Glaube ist Wort und Tat. Was meine ich mit Wort und Tat? Was meine ich mit Wort und Tat? Wort des Herzens ist das für wahr halten. Ich weiß, der Koran ist die Wahrheit. Tat des Herzens ist die Liebe für den Koran. Die Liebe für Allah. Die Liebe für den Propheten. Die Liebe für alle anderen Propheten. Die Liebe für die Engel. Die Liebe für die Allah liebt. Und wenn jemand keine Grundliebe hat für diese Botschaft. Wenn jemand keine Grundliebe hat für diese Botschaft, für den Koran, für den Islam. Dann wird ihm das nicht zu einem Gläubigen machen. Selbst wenn er weiß, dass das wahr ist. Zu den Taten des Herzens gehört die Furcht vor Allah. Heute gibt es einige Leute, die sagen, man soll nicht aus Angst Allah dienen. Wir sagen, wo ist deine Grundlage dafür? Guck mal, unsere Religion ist nicht, ich habe den pakistanischen Taxifahrer gefragt. Und der hat mir gesagt, der ist ja schon 54 Jahre alt. Unsere Religion ist Koran Allah, Koran Rasulullah. Allah sagt, der Prophet hat gesagt. Und nichts anderes. Ach, jeder kann sich täuschen. Unsere Religion ist nicht, Pierre Vogel hat gesagt. Das muss man auch mal dazu sagen. Ach ja, Wallahi, wenn du zu mir kommst und sagt mir, guck mal, Abu Hamza, und der weiß das ganz genau, der ist immer mit mir. Du kommst zu mir und sagst mir, guck mal hier, du hast das und das hier, das und das gesagt, du hast da etwas wahrscheinlich verwechselt oder dich vertan. Glaubst du mir, ich werde der Erste sein, der das zurücknimmt. Wenn du mich davon überzeugen kannst, dass ich wirklich etwas Falsches gesagt habe. Und solche Beispiele haben wir schon gehabt, wo ich mich zum Beispiel auch versprochen habe. Gibt es solche Beispiele? Ja, aber Fakt ist, die Religion ist nicht Pierre Vogel, hat gesagt. Und das ist gerade das, was sie uns in die Schuhe schieben wollen. Sie wollen uns zu so einer Sekte machen, ja, zu einer Sekte, ja, die einen Führer haben und diesem Führer muss man gehorchen. Jeder, der uns kennt, weiß, dass das überhaupt nicht stimmt. Weil der muss nicht erstmal hier hinkommen und Beja machen. Wie bei anderen Gruppen. Wenn du keine Sekte bist, warum reicht das nicht, wenn der Bruder zu dir kommt und sagt, Leila illallah muhammadur rasulullah. Guck mal, heute sind so viele Leute gekommen, die ich vielleicht noch nicht gesehen habe oder die ich einmal gesehen habe oder, ja. Wir haben noch nie jemanden gefragt, ja, du musst jetzt bei uns in den Verein eintreten und erstmal Beja bei uns machen. Wir sind jetzt dein Führer und dann darfst du nur noch in unsere Moscheen gehen und so weiter. Keiner hat das gesagt. Das wollte ich nur mal nebenbei gesagt haben. Wie bin ich darauf gekommen, die Religion ist nicht Peer Vogel, hat es gesagt. Imam Malik hat gesagt und der war tausendmal besser als ich. Imam Malik, wer ist Imam Malik? Ja, wir wissen, die vier großen Imame, deren Rechtsschulen noch vorhanden sind. Abu Hanifa, Imam Malik, Imam Shafi, Ahmed ibn Hanbal. Möge Allah sich in allen erbarmen. Imam Malik, der tausendmal oder mehr Wissen hat als ich. Wisst ihr, was der gesagt hat? Der hat gesagt, Ich bin nur ein Mensch. Ich liege richtig und ich mache Fehler. Was ist die Lösung? So schaut euch meine Meinung an. Alles, was Koran und Sunnah übereinstimmt, nimmt. Und alles, was Koran und Sunnah nicht übereinstimmt, lassen. Das ist zum Beispiel, was Imam Malik ist. Das ist eine ähnliche Aussage, findest du von Abu Hanifa, findest du von Imam Shafi, findest du von Ahmed ibn Hanbal. Warum? Weil diese Menschen Gottes vorstatten. Möge Allah sich in erbarmen. Weil die wollten, dass die Religion Allahs praktiziert wird. Und die Religion Allahs, die sagt uns, dass jeder Mensch Fehler macht. Was ist der Beweis dafür, Peer Vogel? Weil Peer Vogel, du hast uns gerade gesagt, oder Abu Hamza, du hast uns gerade gesagt, ja, wir sollen dir nicht blind folgen. Was ist dein Beweis dafür? Du hast gerade gesagt, jeder Mensch macht Fehler. Mein Beweis dafür ist, der Prophet, a.s.w. hat gesagt, alle Menschen machen Fehler und die besten von denen, die Fehler begehen, sind die Tawabun. Und um noch einen Beweis dazu zu bringen, der Prophet, a.s.w. hat gesagt, das heißt, wenn ein Mustahid, ein Hakim, ein Richter, das heißt, auch ein Gelehrter, zur damaligen Zeit waren Gelehrte die Richter gewesen, wenn der ein Urteil fällt und er hat sich bemüht, also der wollte die Wahrheit herausfinden, und der vertut sich, der kriegt einen einfachen Lohn. Weil er hat das Beste versucht. Für diese Achter, wenn er sich vertut, kriegt er einen Lohn, und wenn er richtig gekriegt, er doppelt Nohn. Weil er vorher schon gelernt hat für diese Aufgabe. Aber auf jeden Fall. Das ist bei uns unsere Religion. Unsere Religion ist, Kaulallah, Kaul Rasulullah, nichts anderes. Wir gehen zurück zum Thema. Iban. Was ist das? Iblis, sein Wissen von Allah, hat ihn nicht dazu gebracht, Allah zu dienen. Warum? Weil in seinem Herzen Juhud war. Ablehnung. Iba. Dass er das abgelehnt hat. Er wusste, Allah hat ihm den Befehl gegeben. Er hat gesagt, nein, mache ich nicht. Nicht nein, mache ich nicht im Sinne von jemandem. Und hier ist ein großer Unterschied. Guck mal. Jetzt, wir wissen, man darf keine Freundin haben vor der Ehe beispielsweise. Richtig? Richtig? Wir wissen das. Jetzt mag einer, hat er doch eine Freundin. Aber er sagt, ja, boah, ich weiß, was ich mache, ist falsch. Aber ich schaffe das nicht. Meine Nef, die zieht mich dahin. Was ist das? Der ist Gläubiger. Der ist Sünder. Aber wenn er sagt, ach, brauche ich nicht. Was hat Allah dort offenbart? Warum hat er das offenbart? Was soll dieser Befehl? Das ist Kuffer. Das ist Kuffer. In diesem Fall. Selbst wenn er weiß, dass Allah das offenbart hat und er lehnt das auf diese Art ab. Das muss man wissen hier. Das muss man wissen. Das heißt, die Liebe für Allah, die Furcht für Allah. Wir haben gesagt, es gibt jetzt manche Leute, die sagen, man soll Gott nicht aus Angst dienen. Wir sagen, man muss Allah aus Liebe dienen, aus Angst dienen und aus Hoffnung dienen. Was ist der Beweis dafür, Pierre Vogel? Wir sollen dir nicht blind folgen. Mein Beweis für die Liebe ist, was ich eben schon erwähnt habe, was ich eben schon erwähnt habe, auch diese Ayat. Mein Beweis für die Angst ist, Allah sagt im Koran, Und da gibt es viele Beweise für. Oder Allah sagt in Surah 5, Vers 3 Und Allah sagt in Surah 9 Und Allah ist berechtigt, dass ihr ihn fürchtet, wenn ihr Gläubige seid. Das heißt, Allah sagt hier, man soll ihn fürchten. Jetzt kommen Leute, nee, man soll Allah nicht fürchten. Die Modernisten, nee, das wäre ja dann schlecht. Ach, uns interessiert nicht, was irgend so ein Möchtegern-Professor von der Universität macht, die dazu gegründet wurde, um die Jugendlichen vom Islam wegzubringen. Und das sage ich ganz klar und deutlich. Da kommt hier in Münster dieser Mohanad Khurshide und erzählt, nee, Angst nicht. Ach, was interessiert uns deine Aussage? Und dann versucht das irgendwie logisch zu erklären, warum das falsch ist. Weil wenn man das aus Angst macht, dann macht man das ja eigentlich aus Eigennutz. Uns interessiert nicht deine Philosophie. Uns interessiert, was Allah im Koran sagt. Uns interessiert, was Allah sagt. Yad'una Rabbem khaufen sagt Allah im Koran. Sie rufen ihren Herren, das ist mir gerade eingefallen, sie rufen ihren Herren an und Allah lobt die aus Angst und aus Wunsch. Was war der Beweis für die Dings, Pia Vogel, Abu Hamza, was war der Beweis für die Hoffnung? Letzter Vers in Suratul-Kaf, sagt Allah, وَمَنْ كَانَ يَرْجُ لِكَا رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُفْرِقْ بِأِبَادَةِ رَبِّ أَحَدًا Wer auf die Begegnung mit seinen Herren hofft. Wer auf die Begegnung mit seinen Herren hofft. Dann die andere Sache ist logischer Beweis auch. Wir kommen jetzt mal mit unserer Logik. Der logische Beweis ist, warum erwähnt Allah im Koran hunderte Male Paradies und Hölle. Weil wir nicht für das Paradies arbeiten sollen. Weil wir nicht arbeiten sollen, damit wir der Hölle entkommen. Das ist doch völliger Schwachsinn. Es wird erwähnt, weil du hörst, guck mal Paradies, da kriegst du die schönste Welt von allem. Ein ewiges Leben. Da sagst du dir, hey, das will ich haben. Die Hölle wird erwähnt. Dann sagst du dir, hey, was gibt es für Getränke, die heiße Getränke, die die Eingeweide zerreißen. Das möchte ich nicht hin. Und deswegen siehst du meistens, es wird das Paradies erwähnt und die Hölle hintereinander. Meistens. Warum? Damit du diesen Kontrast hast. Das heißt, die Taten des Herzens, das heißt, Glaube ist, Worte, das Wort des Herzens, sagen die Geläten ist Tastik, für wahrhalten. Reicht das? Nee, reicht nicht. Noch die Taten des Herzens. So, diese Taten des Herzens, die müssen so stark sein, mindestens, dass über die Lippe geht, wenn jemand, deswegen ist der Iman auch, Kaululisan, Wort mit der Zunge, ist auch Iman, weil wenn jemand, der das Wort, die Shehada nicht ausspricht, während er die Fähigkeit dazu hat, natürlich, natürlich, wenn jetzt jemand stumm ist, kann er die Shehada nicht aussprechen, aber wenn jemand die Fähigkeit dazu hat, der ist nicht gezwungen, zum Beispiel jemand anderes, man hält ihm die Pistole an den Kopf, ist auch wieder eine andere Geschichte, wir reden jetzt von jemandem, der ist nicht gezwungen, der ist fähig, der kann reden, ja, und er spricht die Shehada nicht aus, trotz Fähigkeit dazu, und obwohl es keinen Hinderungsgrund gibt, ist er kein Muqmen. Warum? Weil der Glaube, den er im Herzen hat, die Liebe, die Furcht und die Hoffnung für Allah, die hat ihn nicht dazu bewegt, das auszusprechen. Das heißt, da kann kein wahrer Iman da sein. Wort mit der Zunge. Dann, zu dem Iman gehören auch die Taten, die Taten der Zunge, das Wort mit der Zunge ist die Shehada, und die Taten mit der Zunge sind, Koran lesen, sind Wikr machen, etc. Dauer machen, Amro bil maruf, gutes Gebiet, ein schlechtes Phobie werden. So, dann, gehören zum Iman, auch noch, die Taten des Körpers. Was ist der Beweis dafür, Pierre Vogel? Weil wir wollen dir nicht blind folgen, ja, wir haben ja keine Bay'ah gemacht, soll doch keine Bay'ah machen, weil wir sind nicht irgendwelche, äh, 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 Scharlatane. Komm, gibt Koran und Sunnah. Was wolltest du zuerst? Also, was ist der Beweis, dass die Taten des Körpers zum Iman dazugehören? Erstmal, was wolltest du erst, Koran oder Sunnah? Koran, okay. Koran, Allah sagt im Koran, in Suche 2, Vers 143, für den, der es mitschreiben will, in Suche 2, Vers 143, sagt Allah subhanahu wa ta'ala, über die Veränderung der Kibla. Der Kibla ist verändert worden, ne, im Sha'ban, zweite Jahr nach Hijra, äh, zweite Jahr nach Hijra im Sha'ban. Da sagt Allah, وَكَذَٰلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةَ وَسَتَى Und so haben wir euch zu einer mittleren Umma gemacht, zu einer Gemeinschaft der Mitte gemacht. لِتَكُونُ شُهَدَاهَا عَلَ النَّاسِ Damit ihr Zeugen seid über die Menschen. وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِدَ Und damit der Gesandte über euch Zeuge ist. Jetzt sagt Allah. وَمَا جَعَلْنَا الْكِبْلَةَ لَتِكُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِدَعْلَ مَا مَا يَتَّبُوا الرَّسُولُ وَمَا يَعْلَيْهَا عَلَيْهَا عَلَيْهَا Und wir haben die Kibla, auf der du warst, nur gemacht, um auf die Probe zu stellen, wer dem Gesandten folgt und wer dem Gesandten nicht folgt. Wer auf der Fersen kehrt macht. Das ist die Probe. 16, 17 Monate haben sie Richtung Beitul Magdis gebetet, die Muslime. Alles nachzulesen, Sirah ibn Esham und so weiter, in den Quellbüchern. 16, 17 Monate, jetzt sagt der Prophet, ab heute wird die Kibla, war Befehl von Allah, Richtung Kaaba gebetet, Richtung Meschul Haram. Alles klar? Alhamdulillah. Richtung Meschul Haram, MashaAllah. So. Was haben die Juden jetzt gemacht? Die haben das genutzt, also die Juden in Medina. Nicht, dass ich jetzt sage, hey, wir sind antisemitisch oder so. Die Juden in Medina, die haben das genutzt, um Fitna zu stiften. Die haben gesagt, guck mal, was hat die von der Kibla abgebaut? Jetzt sind die auf einmal geändert. Was ist denn mit denen, die vorher gestorben sind? Und die haben immer in die andere Richtung gebetet, Richtung Beitul Magdis, die haben nicht Richtung Kaaba gebetet. Dann sind die auf denen ihre Gebete ungültig. Guck mal, was Allah jetzt sagt. Und das ist eine schwierige Sache. Das heißt, auf einmal in eine andere Richtung zu beten. Außer für die, die Allah recht leitet. Und Allah wird euren Iman nicht vergehen lassen. Was ist hier mit gemeint? Judi'a, das heißt sozusagen, leer ausgehen lassen, so verfliegen lassen, so nach dem Motto. Gib mir mal bitte einen deutschen Koran. Ich will mal gucken, wie der Mohammed oder Rasul das so hat. Allah lässt euren Iman, euren Glauben nicht vergehen. Aber was ist hier mit Iman gemeint? Hier ist mit Iman, sind die Gebete gemeint. Mit Glaube sind hier die Gebete gemeint, die Gebete Richtung, Richtung Beitul Magdis. Das heißt, Allah sagt hier, diejenigen, die in dieser Richtung gebetet haben, die kriegen trotzdem ihren Lohn. Und damit ist der Iman gemeint. Ich will mal gucken, wie er das übersetzt hat. Weil es ist manchmal schwierig, man versteht zum Beispiel etwas, aber dann auf Anhieb, das richtige Wort in Deutsch zu finden. Also Allah wird euren Iman nicht vergehen lassen. So würde ich das jetzt auf Anhieb übersetzen. Sehen wir, wie er das übersetzt. Suche zwei Vers. Welcher Vers? 143. Gut. Ah, gut. Ja, er sagt vergehen lassen. Der, ja. Und es ist nicht Allah, der euren Glauben vergehen lässt. Ja. Er sagt vergehen, also. Was, was habe ich nochmal gesagt? Oh, fünf. So, so als noch. Also ich habe mehrere Besetzungen gewählt, ne? Verfliegen, verfliegen. Ja, ja. Vergehen, verfliegen. Ja, das ist auch jetzt nicht unbedingt das Problem. Weil man kann sagen, also er sagt verloren gehen lassen. Verloren gehen lassen. Er sagt verloren, ich habe vergehen gesagt. Das hat dieselbe Bedeutung. So. Auf jeden Fall. Das heißt, die Taten des Körpers gehören auch mit zum Iman. Das ist der Iman. So. Jetzt kommen Leute und erzählen uns, erzählen uns, auf den Glauben kommt es nicht an. und meinen damit den Glauben im Herzen. Ach, die sind noch einen Schritt weiter gegangen. Verstehst du? Ach, die sind dahin gegangen, so weit gegangen, wie keine islamische Sekte, die in die Irre gegangen ist, oder die in die Irre gegangen ist, sogar gegangen ist. Bruder, es gab islamische Sekten, zum Beispiel Jahmiah, die haben gesagt, Glaube ist nur ein Ma'rifah. Ist nur Wissen. Du weißt, Allah gibt es. Dann sagen wir zu denen, ne. Wenn das so wäre, dann wären viele Leute Muslime gewesen, weil die wussten, das ist die Wahrheit. Nein. Es müssen die Taten des Herzens dabei sein. So. Die anderen sagen, zum Beispiel, ja, Glaube ist nur, Ausspruch mit der Zunge und Wahlen im Herzen. Da sagen wir, nein. Es muss im Herzen auch noch die Liebe dabei sein, die die Stadt so bringt, etwas zu tun. Es ist unmöglich, achi, dass jemand glaubt und hat keine Furcht im Herzen vor Allah. Gar keine. Null. Null. Ja, wie gesagt, es gibt Stufen. Gar keine Liebe vor Allah. Und deswegen, wenn uns einer erzählt, wenn uns einer erzählen will, ja, wir beschränken die Religion auf das Äußere, ja, wisst ihr, was das ist? Das ist nur purer, pures dummes Gequatsche und teilweise Neid. So. Mich fragt jetzt jemand, Pia Vogel, bist du besser, als ich, weil du einen Bart trägst? Nee. Nein. Ich bin nicht besser als du, weil ich einen Bart trage. Aber wenn du einen Bart tragen wärst, würdest du besser sein, als du jetzt bist. Hast du eine gute Tat mehr gemacht? So. Ich. Ob ich besser bin, als du, achi, ob man besser ist am jüngsten Tag. Allah subhanahu wa ta'ala sagt im Koran, wer ein Staubkörnchen Gutes tut, am jüngsten Tag, er wird es sehen. Und wer ein Staubkörnchen Schlechtes tut, der wird es sehen. Kennst du meine Sünden alle? Alhamdulillah, dass du sie nicht alle kennst. Kenn ich deine Sünden alle? Alhamdulillah, dass ich sie nicht alle kenne. Wir machen alle Fehler. Ich kann nicht sagen, ich bin besser als du. Ich bin besser in dieser Sache. Aber vielleicht bist du in anderen Sachen viel besser. Vielleicht bist du in anderen Sachen, hast du hier gute Tage gemacht, da gute Tage gemacht. Vielleicht hast du nachts im Gebet gestanden, wo ich gepennt habe. Und ähnliche Sachen jetzt, als Beispiel. Das heißt, wir verurteilen niemanden. Und das ist, wie gesagt, etwas, was ich unbedingt, unbedingt erwähnen will. Das heißt, liebe Schwestern im Islam, uns geht es um das Herz. Uns geht es darum, unser Herz will, dass die Menschen im Islam praktizieren. Das Herz, das Allah liebt, will, die Religion sehen. wir freuen uns über die Leute, die den Islam annehmen. Und wir sind traurig über Leute, die von der Religion Abstand nehmen. Weil wir Allah lieben. Und weil wir das Beste für die Menschen lieben. Und weil wir uns absolut überzeugt sind, dass der Islam das Beste ist. Weil der Islam das Beste ist. Und wenn wir diese Liebe haben, und deswegen, so habe ich eben angefangen, mit der Geschichte mit dem Ibrahim Abu Naji, Mügelein beschützen, dass wir gesagt haben, wie können wir es verbreiten? Das ist das, was uns angespornt hat. Und da haben wir uns Gedanken gemacht. Und ich habe das damals Angel- und Netzdauer genannt. Netzdauer ist, der eine redet mit seinem Arbeitgeber zehn Jahre und vielleicht kommt was bei raus, vielleicht kommt nichts bei raus. Allah leidet recht, wen er will. Das sagt Allah zum Propheten in Bezug zu Abu Talib, der gestorben ist und die Scheherder nicht gesagt hat. Sagt er, du leidest nicht recht, wen du liebst, sondern Allah leidet recht, wen er will. Und das ist natürlich nicht, wen er will, willkürlich, sondern Allah hat dafür seinen Maßstab. Okay. Wie man die Huld gibt. Aber das ist eine große Gnade und dessen müssen wir uns bewusst sein. So, aber was heißt das noch? Das heißt, wir müssen versuchen, dass die Botschaft gehört wird. Was heißt Da'wa auf Arabisch? Da'wa heißt auf Arabisch An-Nida' Ruf. Warum Ruf? Hatsch. Hatsch bedeutet Qast. Beabsichtigung. Warum Beabsichtigung? Weil man beabsichtigt, nach Mekka zu gehen. Som heißt Im-Sag. Im-Sag heißt Abstand nehmen oder sich fernhalten. Von was? Ja, von dem Mufattirat. Essen, trinken, etc. Und Da'wa bedeutet Ruf. Warum bedeutet Da'wa Ruf? Warum hat Allah die Da'wa, das heißt, das Überzeugen anderer von der Religion, warum hat das nicht Hamz genannt? Hamz heißt flüstern. Warum nicht? Weil das ein, weil das ein Indiz dafür ist, dass der Ruf gehört werden soll. Was ist der Beweis dafür im Koran? Lieber Herr Vogel, Suche 25 Vers 1, Allah sagt im Koran, Tabarraka ein Warner für die Welten ist. Das ist ein Warner für alles. Für alle Lebewesen. Oder für alle Lebewesen natürlich, die überhaupt zur Rechenschaft gezogen werden können. In Suojin. So. Hier. Was heißt, wir wollen das nach vorne bringen. So, und da haben wir damals angefangen, haben uns Gedanken gemacht, saßen wir im Garten und ich hatte damals keine müde Marke gehabt. Fast so viel, fast noch schlimmer als heute. Und da habe ich, ich habe auch eine Idee damals gehabt. Ich habe gesagt, da kam damals gerade die Merkel an die Macht und da hatten wir Angst, dass sie Kopftuch verbieten wollen. Da haben wir gesagt, Kopftuch kann die nur verbieten, wenn sie irgendwelche Heuchler bringen, die jetzt sind, da steht doch gar nicht im Koran. Verstehst du? Und wenn sie dann so tun, als wenn die Frauen alle zum Kopftuch gezwungen werden. Und Alhamdulillah, Brüder und Schwestern, wisst ihr, was ein riesengroßer Erfolg ist von dieser Dauer? In diesen Jahren jetzt, wir haben damals im Sommer 2005 angefangen, ein riesengroßer Vorteil, ein riesengroßer Vorteil ist, dass sehr viele Menschen mittlerweile verstanden haben, dass das Kopftuch bei den Frauen meistens als Überzeugung getragen wird. Ach, jetzt zur damaligen Zeit, als wir angefangen haben, als ich noch nicht Muslim war, da haben wir gedacht, die werden alle gezwungen. Aber Alhamdulillah, dass sich dieses Bild schon verbessert hat. Aber auf jeden Fall, da haben wir damals ein Video gemacht. Ein Video gemacht über das Kopftuch. Ein Interview mit Kai Lühr, wo ich dann Fragen beantwortet habe zum Kopftuch, warum das Pflicht ist, etc. und allgemeine Sachen zum Islam. Der Ibrahim Abunaji, der hat das mit anderen Leuten 50.000 Mal kopiert und hat das dann verteilt. als ich dann wieder aus Mekka nach Deutschland gekommen bin, kannten mich auf einmal so viele Leute und ich bin jeden Tag irgendwo eingeladen worden oder jede Woche. Da sind wir von Halle zu Halle, von Moschee zu Moschee. Und überall, wo wir in der Moschee waren, haben wir gesagt, Leute, hier sind Visitenkarten, verteilt die Internetseite. Das war damals die wahre Religion. Natürlich habe ich jetzt im Nachhinein meine eigene Seite, piavogel.de. Zwischendurch hatten wir die Seite einlangen zum Paradies.de, die ist jetzt ein Ende von anderen Leuten. Auf jeden Fall, immer überall hingegangen, Visitenkarten gelassen, den Leuten gesagt, schickt eure E-Mails rund, schickt das an alle eure Freunde, sagt ihnen Bescheid, damit sich das weiter verbreitet. Was dann passiert ist, es war wie ein Lauffeuer. Das heißt, es ging immer weiter, auf einmal immer mehr Leute erfuhren davon. Und warum? Weil ich gesagt habe, Leute, wir müssen Warner sein für die Welten. Und der Prophet, a.s.w. hat gesagt, die Menschen sind wie 100 Kamel, du findest kein Reitier. Aber was heißt das? 100 Kamel findest kein Reitier, also keinen vernünftigen Menschen. Aber der 101. Der ist vielleicht brauchbar. Also müssen wir uns anstrengen von der Angel, du redest vielleicht mit einem 10 Jahre, wir schmeißen Netze aus. Das heißt, wir gehen zu einer Moschee und sagen vorher den Brüdern, die das organisieren, verteilen überall Flyer in den Häusern. Lade die Leute an. Wir gehen zu einer Halle, verteilen überall Flyer. Weil irgendwo ist einer da draußen, der gehört zu dieser 101. Person. Irgendwo ist einer, wenn wir das Netz auswerfen, der den Islam annimmt, der zurückkommt zum Islam. Das war das Ziel. So was passierte dann? Dann ging es langsam los, dass wir bekämpft wurden. Weil es nahmen auf einmal immer mehr Leute Islam an, immer mehr Leute kamen zurück. Und ich gebe euch mal eine Statistik, die könnt ihr nachlesen. Frankfurter Allgemeine Zeitung. März 2007. Da steht eine Studie, dass im Jahre 2004 in Deutschland 1000 Leute in den Islam angenommen haben. Dann steht im Jahre 2005, wann, als ich Ibrahim Abunaj getroffen habe, wir angefangen mit den DVDs, haben 4000 Leute in den Islam angenommen. Und dann, Januar 2006, müsste die Seite die wahre Religion aufgemacht haben, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Sagt die Zeitung, Frankfurter Allgemeine haben 14.000 Leute in den Islam angenommen. Tendenz steigend. Das ist nicht das, was wir sagen, weil wir haben kein Register geführt. Und ich kann dir absolut nicht sagen, wie viele Leute in den Islam angenommen haben. Aber ich kann dir sagen, dass es so viele waren, dass ich mich manchmal nicht mehr daran erinnern kann, dass sie immer bei mir die Schehera gemacht hat. Und für jeden, der die Schehera gemacht hat, waren mindestens zehn Leute, die angefangen haben zu beten etc. Alhamdulillah. Möge lernen sich Glas geben, das soll nicht Selbstlob sein, das soll eine Analyse sein, weil wir auch bald Jahresende haben, weil ich euch jetzt mit einem neuen Projekt bekannt machen will. Mit einem neuen Projekt. Aber wir gehen jetzt erstmal weiter, damit ihr das auch versteht, weil ich will erstmal diese ganze Geschichte, wie sich das entwickelt hat, die möchte ich erstmal erklären. Und dann möchte ich auf das neue Projekt aufmerksam machen. Das ist ganz wichtig auch für die Leute, dass sie das sehen, bitte schaut euch dieses Video bis zum Ende an, weil um meine Gedankenwelt zu verstehen, müsst ihr erstmal dieses ganze Vorprogramm verstanden haben. Warum haben wir diesen Schritt gemacht? Warum sind wir diesen Schritt gegangen? Warum haben wir das gemacht? Warum haben wir das gemacht? Weil manche Leute, die verstehen das gar nicht. Die denken, wir haben uns irgendwie gedacht, ach ja, machen wir mal ein bisschen. Sondern das sind alles Sachen, bei denen wir uns Gedanken gemacht haben. Und da kommen immer wieder irgendwelche Leute, zehn Jahre nehmen, man sollte das so und so machen, bei denen noch kein Mensch den Islam angenommen hat. Und da sage ich, Entschuldigung, welche Referenzen hast du? Du willst mir erzählen, wie ich es richtig mache, damit ich die Leute überzeuge, bei dir hat kein Mensch den Islam angenommen. Was willst du mir erzählen? Wir kommen nicht gut an. Ja, nee, das kommt nicht gut an. Ach so, das kommt nicht gut an. Ja, du kommst gut an. Ja, wie viele haben bei dir Islam angenommen? Keiner. Ach so, du kommst gut an. Bashallah. Ja, aber der ein oder andere, dem gefällt das nicht. Ja, die Dauer vom Propheten, die hat auch dem, Sallallahu alaihi wa sallam, die hat auch dem einen oder anderen nicht gefallen. Nee, die hat sogar den meisten nicht gefallen. Warum? Warum hat die Dauer des Propheten den meisten Leuten nicht gefallen? Soll ich sagen, warum? Weil die meisten Leute in die Hölle gehen werden. Und wisst ihr, warum die meisten Leute in die Hölle gehen? Nein, weil sie die Wahrheit hassen. Und womit ist der Prophet gekommen? Mit der Wahrheit. Und wir kommen mit dieser Wahrheit, mit der der Prophet gekommen ist. Und heute auch noch die meisten Menschen werden in die Hölle gehen. Und die meisten, die in die Hölle gehen, hassen die Wahrheit. Was ist der Beweis dafür, Pierre Vogel? Ja, ich habe gesagt, die Religion nehmen wir nicht. Religion ist nicht, ja, ich habe gehört, der pakistanische Taxifahrer hat mir erzählt, oder der türkische Taxifahrer, oder der marokkanische Metzger hat mir erzählt, Religion ist Ka'la Allah, Ka'a Rasulullah. Was ist dein Beweis dafür, Abu Hamza, dass die meisten Menschen, dass die meisten Menschen, die in der Hölle sind, die Wahrheit hassen? Zum Mitschreiben, so 43, Vers 77 und 78. Die, die in der Hölle sind, sagen, Allah sagt, Und sie rufen, das ist der Hüter der Hölle, der Hengel, der die Hölle hütet, Das heißt, sie bitten ihn darum, dass er Allah darum bittet, dass Allah sie zerstört. Also die wünschen sich den Tod, jetzt, in der Hölle, weil die Strafe zu groß ist. Er spricht, ihr werdet bleiben. Wir sind zu euch schon mit der Wahrheit gekommen. Wahrheit in Klammern, Islam, Koran, Glaube an Allah, die Engel, etc. Wir sind zu euch schon mit der Wahrheit gekommen. Aber die meisten von euch hassen die Wahrheit. Zu wem wird hier gesagt, dass die meisten von euch die Wahrheit hassen? Zu denen, die in der Hölle sind. Zu denen, die in der Hölle sind, wird gesagt, die meisten von euch hassen die Wahrheit. Das heißt, wenn jetzt uns einer erzählt, deswegen unsere Herangehensweise, das ist falsch, weil es gibt den und den Müller, Meier, Schmitz und der und der, dem gefällt das nicht. Sagen wir, der Prophet, der ist auch mit der Wahrheit gekommen, die haben mich nicht gemocht. Und der war tausend unendlich besser als wir. Und Ibrahim, was war bei ihm? Schuhe 29 bis 24. Die Antwort seines Volkes war nur, tötet ihn und verbrennt ihn. Das heißt, das heißt ganz klar, der wurde vernichtet. Also die haben ihn versucht zu töten. Hat der einen Fehler gemacht in der Dauer? Das heißt, messe die Dauer nicht an der Reaktion der Leute, die die Botschaft hassen. Das ist der Punkt. Ja, kommt nicht an. Ja, nee, kommt nicht an. Ja, aber du erwähnst die Hölle und man sollte die Hölle nicht am Anfang erwähnen. Ach ja, nee, sollte man die Hölle nicht erwähnen? Prophet, a.s. beim ersten Treffen, kann jeder nachlesen. Er geht auf den Berg von Safa und was macht er? Öffentliche Dauer, er warnt vor der Hölle. Was steht im Koran? Guck mal, was im Koran steht? Ach ja, guck mal, Surah 19, letzte Seite. Kann jeder aufschlagen. Bruder, wir haben uns nicht gedacht, ach ja komm, lass uns mal ein bisschen Dauer machen. Erzähl mal ein bisschen. Ach ja, das hat Konzept. Das hat System. Die denken, wir sind irgendwelche Vollidioten, die sich gedacht haben, ach ja, fangen wir mal an, irgendwas zu erzählen. Ach ja, Surah 29, letzte Seite. Wo ist der Koran? Ich will die Versen nun mal auch direkt sagen, ja? Und wir haben ihn in deiner Sprache leicht gemacht, den Koran, damit du, damit frohe Botschaft gibst für die Gottesfürchtigen und ein hartnäckiges Volk warnst. Ich gucke mal kurz, welcher Vers, welcher Vers das ist. Damit ist jeder Nachschlag, aber ich habe die Versen jetzt nicht. Ah, hier. Vers 96, nee, Vers 97, darum haben wir ihn in den Koran deiner Sprache leicht verständlich gemacht, damit du durch ihn den Gottesfürchtigen die frohe Botschaft verkünden und die Streit zwischen Waren mögest. Sollte er das übersetzen? Das heißt, der Koran ist dazu da, damit du warnst. Ja, womit warnst du? Warnst du mit dem Paradies? Ich warne euch, ihr geht ins Paradies, oder was? du warnst von der Hölle. Dafür ist der Koran herabgesandt worden. Eben habe ich auch gesagt, suche 25 Vers 1, damit du ein Warner für die Welten bist. Jetzt erzählt uns einer, man sollte in der Dawa die Hölle nicht erwähnen. Dann sagen wir zu dem, du hast keine Ahnung. Wenn du keine Ahnung hast, halt einfach den Mund. Ganz einfach. Rede nicht, hör mal, ach, guck mal, ich weiß nicht, das kommt mir immer so vor bei der Dawa, kommt mir das immer so vor wie bei der deutschen Fußball-Nationalmannschaft. Bei der Weltmeisterschaft plötzlich, 84 Millionen Deutsche sind auf einmal voll die Fußball-Experten. Keine Ahnung. Der Trainer, der ist mit der Mannschaft den ganzen Tag, der weiß, wer gute Form hat, wer schlechte Form hat, wem es vielleicht schlecht geht, aber der weiß genau, was richtig gemacht wird. Der hat keine Ahnung vom Fußball. Der hat irgendwann mal in der A-Jugend gespielt und hat er danach aufgehört. Verstehst du? Bei der Dawa ist er genauso. Da kann jeder mitreden. Da kommt irgendjemand, der erzählt, nee, Hölle, das wollte man nicht erwähnen. Hallo, hier, was ist dein Maßstab dafür? Ja, mein Maßstab ist ja, guck mal, das gefällt dir nicht. Ja, super. Das war beim Propheten alle Esterlösung genauso, er hat es trotzdem gemacht. Der Maßstab für die Richtigkeit der Dawa ist nicht, ob es Müller, Meier, Schmitz gefällt. Der Maßstab ist Koran und Sunna. Punkt. So, deswegen nochmal darauf zurückzukommen. Das heißt, ich möchte, dass man das richtig versteht. Was haben wir gemacht dann? 97, von Moschee zu Moschee gegangen und ich hatte damals vor, ich habe gesagt, wenn ich in einen Ort gekommen will, 2007, ich habe gedacht, wenn wir in eine Stadt kommen, dann möchte ich danach an die Stadt einen Häkchen machen. Hier waren wir gewesen. Jedes Haus wurde eingeladen, jeder soll Bescheid wissen. So haben wir gedacht. Und was ist dann passiert im Jahre 2007? Da haben sie angefangen, uns zu bekämpfen. Ihr habt eben gelesen, was die Frankfurter Allgemeine Zeitung gesehen hat. Wie haben sie das gemacht? Sie sind zu den Moscheen gegangen, haben zu denen gesagt, ja, Mensch, ihr seid ja gute Leute und euch finden wir ja ganz toll und ihr macht das ja auch alles ganz richtig. Das ist immer dieselbe Masche. Bei den Propheten, als sie ihn bestechen wollten oder als sie zu Abu Talib gegangen sind, haben sie genauso geredet. Ja, Abu Talib, du hast bei uns eine Stellung. Beim Propheten auch. Und beim Rabia, der kommt so auf jeden Fall, in der Kamina, haifikat Alimta, minna sitta, die Film, viel, viel Aschira, walmakan, finden das auch genau so. Erstmal, kratzt du meinen Rücken und kratzt ich deinen Rücken. Und dann haben sie gesagt, ja, aber es geht ja um die Integration und ihr macht das ja gut und läuft doch alles super, aber diese Leute, die Schaden der Integration und die sind so und so. Bruder, wir haben Leute gehört, die bei solchen Gesprächen dabei waren. Wir wissen das. Wir haben einen Bruder, der in Düsseldorf dabei war, wie der Polizeipräsident dort Moscheevorstände zusammengesammelt hat, weil er selber mit zu einer Moschee gehörte, wo die so ungefähr mit denen geredet haben und dann haben sie abgemacht. Der Vogel wird nicht mehr eingeladen. So, okay, was machen wir dann? Weiter in der Halle. Da haben die weitergemacht. Dann sind sie zu den Hallen gegangen und was haben sie bei den Hallen gesagt? Ja, so und so wissen sie eigentlich, wenn sie da einladen, das sind ganz Radikale, die sind ganz gefährlich und schlimm und die rufen zu Gewalt auf, bla 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 bla. Ja, so. Und sie sind ja bei uns, sie haben ja so eine Stellung bei uns mit ihrer Halle und wir kennen sie ja und sie wollen ja sicherlich nicht ihren Ruf bei uns verlieren, bla bla bla. Und wenn der dann trotzdem gesagt hat, ja, ich habe einen Vertrag mit ihnen, dann haben die gesagt, ja. Ich glaube, es gibt Hallenbesitzer, die uns das erzählt haben. Ja, na ja, sie haben ja hier die Halle und den Hochzeitssaal und hatten sie schon mal eine Steuerfahndung. Oder ist das Ordnungsamt schon mal hier durchgegangen, hat geguckt, ob das mit den Notausgängen alles so richtig ist und ob die Parkplätze alle so Dings sind und ob, weil, wenn die mal hier durchgehen, die finden Mängel, das könnte es ja dann 30.000 Euro kosten. Diese Tour. So, wie geht es dann weiter? Straße. So, dann haben sie versucht, diese Leaststände zu verbieten, haben sie erst mal versucht, die platt zu machen, dann haben sie dann wahrscheinlich einige Leute gekauft, die dagegen geredet haben. Ja, nee, das, weil, 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 wenn du die Argumentation hörst, guck mal, wenn du die Argumentation hörst, dann weißt du einfach, diese Argumentation kann nicht von jemandem kommen, der geistig bei Sinnen ist und es ernst meint. Unmöglich. Eins von beiden ist nicht möglich. Wenn einer gegen das Koranprojekt argumentiert, weil Allah im Koran sagt, es gibt keinen Zwang im Glauben, dann ist er entweder geistig verwirrt oder unehrlich. Weil was hat ein Koranstand in der Stadt mit, mit Zwang im Glaube zu tun? Da kann jeder vorbeigehen, der braucht noch nicht mal stehen zu bleiben, geschweige denn einen mitzunehmen, geschweige denn einen zu lesen. der Schwachsinn. Oder wenn einer erzählt, ja man sollte das nicht machen, weil die Medien dagegen geredet haben und wenn die Medien dagegen geredet haben, dann hat das einen Schaden für die Muslime. Okay, wie lange gibt das Koranprojekt jetzt zwei Jahre? Welchen Schaden hat es denn gehabt? Bist du irgendwie zu Hause verbrannt worden? Was passiert? Achso, das heißt jetzt immer, wenn die Medien kommen und fangen an, gegen irgendein Projekt zu reden, dann sagen wir, ach, wir können nicht weitermachen. Das ist ja genau das, was die wollen. Das ist ja genau das, was die wollen. Die wollen ja, dass wir aufhören. Und du sagst, wir hören besser auf, sonst reden sie schlecht gegen uns, also hören wir auf. Die reden ja schlecht über dich, weil sie wollen, dass du aufhörst. Also hörst du freiwillig auf, damit sie nicht mehr schlecht reden. Super, haben sie es geschafft. Was ist mein Beweis dafür? Wir haben schon gesagt, wir fragen nicht den Taxifahrer, sondern wir fragen den Koran. Allah ist im Koran, Sie wollen, dass ihr schmeichelt, Klammern nachgibt, sodass sie nachgeben. Punkt. Das ist es. Druck machen. Weißt du, die Leute denken immer, ja, die wollen von dir, die wollen hören, dass du was Falsches sagst, dass du was Radikales sagst, damit sie das als Futter verwenden können. Das ist nur der halbe Weg. Wir wollen bis B denken, wir wollen nicht bis A denken. Ja stimmt, die wollen was Knallhartes von dir hören. Warum? Weil die sich danach damit klein hacken wollen, bis du nachgibst. Sie wollen das ihr nachgeben, sodass sie nachgeben. Punkt. Das ist es. Und dann hacken sie davon, guck mal, der hat das und das gesagt. Ja, nein, ich habe das nicht so gemeint, ich distanziere mich, sobald du das gemacht hast, ist dein Genick gebrochen. Hast du kein Rückgrat? So, das ist der Punkt. Das heißt, so ging es dann weiter. Dann ging es weiter. In den Hallen, die wurden dann auf diese Art richtig oft abgesagt, die Hallen, was ich eben gesagt habe. Und dann haben wir gesagt, ja okay, ab jetzt, immer wenn eine Halle abgesagt wird, was machen wir? Machen wir eine Grundgebung. Kann man nicht verbieten. Wenn ihr uns nicht in der Halle haben wollt, dann habt ihr uns eben mitten im Gesicht. auf dem Marktplatz. Ganz einfach. Das wäre für die Wünsche gewesen. Ja klar. Die würden sich noch mal wünschen, die in uns die Hallen gelassen. Auf jeden Fall. Und dann sind wir halt von Stadt zu Stadt gegangen. Das kostet ja auch immer. Wir wollen das ja eigentlich nicht, weil das kostet den Staat ja auch Unmengen Gelder. So eine Kundgebung wie in Frankfurt, die kostet ja bestimmt, man muss jetzt, was die die kostet, die Stadt 50.000 Euro. Mehrere Hunderttausend. Für was denn? Für die Kundgebung, wenn die das da alles, wird die ganze Polizeiaufgebote da hinstellen müssen. Wir wollen das ja nicht. Wir wollen ja eigentlich nur in der Moschee, aber das wollen die ja nicht. Also bleibt uns ja nichts anderes übrig, wenn wir unsere freie Meinung, die nicht zu Gewalt ruft und nichts Gefährliches darstellen, wenn wir die einfach kundtun wollen. Punkt. Ende. Aus. Ja. So. Jetzt haben wir eine neue Idee, wie wir weiterkommen. Wisst ihr was? Wir machen Wohnungsdauer. Ich war diese Woche schon, das ist jetzt der dritte private Ort, wo ich diese Woche schon war. Ich war in Berghain, ich war in Bonn, ich bin hier. Und überall treffen wir Brüder und wir wollen was hinterlassen. Wir wollen, dass diese Brüder, weil es muss weitergehen, weitergehen. Es muss sich verbreiten. Wir wollen, dass diese Brüder sich einmal die Woche zu Hause treffen, miteinander zum Beispiel einen Vortrag angucken, wenn sie keinen haben, der predigen, der jetzt da kann, schauen sich einen Vortrag an, diskutieren darüber. Oder lesen zum Beispiel, nehmen sie Riyadu Salehin und lesen zum Beispiel 30 Seiten Hadithe. Jeder liest einen anderen Hadith vor. Und diskutieren zum Beispiel darüber, was sie davon verstanden haben. Und dann gehen sie hin, fragen jemanden, der mehr Wissen hat, damit man auch nichts falsch versteht. Jetzt wird jemand sagen, ja, aber man sollte bei Gelehrten lernen. Ja, Schlauberger, zeige uns mal die Gelehrten. Ja, zeige uns mal die Großgelehrten, die hier in Deutschland leben. Ja, wäre schön, aber, 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 wenn wir uns anstrengen für Allah, Allah sagt im Koran, diejenigen, die sich auf unserem Weg bemühen, denen zeigen wir unsere Wege. Das heißt, wenn sie sich für Allah bemühen, dann zeigt dem Wege. Neue Wege. Krass, da fällt mir gerade ein, guck mal, wie viele neue Wege wir gefunden haben. Möge Allah uns die Klaas geben. Auf jeden Fall. Deswegen, dass jeder anfängt, in Wohnungen etwas zu machen. Weil die Moscheen stehen extrem unter Druck. Extrem unter Druck. Und viele sind auch einfach eingebrochen. Eingebrochen bei dem Druck, weil sie, da kam der Schaitan mit der West-West-Weisheit, wir müssen weise sein. Und am Ende bleibt dann vom Islam, vielleicht weiß ich nicht, wie viel da noch übrig bleibt. Weil jetzt haben wir ja diese neue Fitna, diesen komigen, diesen komigen Kasperle da, diesen Islam-Psychologen, oder was er darstellen soll, dieser Islam-Philosoph hier. der Staatlich genehmigte Koran-Vertreher, namens Mohanad Khurshide, den haben wir ja jetzt. Mit dem Teufel der Wirtschaftskrise. Was? Dass der Teufel jetzt arbeitslos ist. Ach so, ja, 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 er sagt, der Bruder meinte, das ist, so ein hat der Teufel Wirtschaftskrise. Da hat der Teufel noch nicht mal, da hat der Schaitan noch nicht mal mit gerechnet, der Satan, da hat mal jemand, also Bruder, glaub mir, also ich bin mir 100% sicher, der Satan, der hat bestimmt nie damit gerechnet, dass irgendwann mal jemand kommen wird und versucht mit dem Koran, wo fast auf jeder Seite, was von der Hölle im Paradies steht, zu beweisen, dass es keine Hölle gibt. Das ist der helle Wahnsinn, Ach, das ist ungefähr so, wie willst du das vergleichen? Das ist ungefähr, als wenn so ein Seefahrer dir erzählen will, es gibt kein Meer. Und das beweist er dir anhand der Seefahrt, weil er ist ja um die See gefahren und deswegen kann er dir das sagen, weil er kennt sich mit der Seefahrt. Es ist unfassbar, Achy. Und das Beste ist so ein Kasperle. Achy, der sollte besser, weißt du, der besser, der sollte besser am Karneval, sollten sie dem irgendwie, einen Karnevalsorden sollten sie dem geben, Mama. Was ist das für ein Clown, Mama? Das darf, das darf, das darf kein Mensch erzählen. Dann sagt er, ja nee, er hat ja nicht die Hölle geleugnet. Er hat ja nur gesagt, Hölle bedeutet nicht Hölle, sondern Hölle bedeutet, weit entfernt sein von Gott. Achso. Na gut, wenn der Seefahrer jetzt sagt, es gibt keine See, sondern die See ist ein Fußballstadion, hat er die See geleugnet. Das ist ja metaphorisch zu sehen. Ach ja, super. Was ist dein Beweis dafür, dass das metaphorisch zu sehen ist? Ja, weil Gott sagt im Koran, er ist vergeben barmherzig. Ach so. Ja, vielleicht vergeben barmherzig metaphorisch. Und es wird gar kein, laut dieser Theorie, natürlich ist Allah vergeben barmherzig, aber er ist auch hart im Bestrafen. Das sagt Allah sogar in manchen Versen, direkt hintereinander. Dass er vergeben barmherzig ist und hart im Strafen. So. Da sagt er ja, aber 113 Suchen fangen mit Bismillahirrahmanirrahim an. Sagen wir ja, und wie oft wird die Hölle erwähnt im Koran? Das ist der Beweis dafür, dass es keine Hölle gibt. Ach wie Wahnsinn. Wahnsinn. Und so ein Clown, der kriegt hier einen Platz in einer Universität. Und jetzt ratet mal, ratet mal, wann diese Universität, wann die dort angefangen haben, diesen komischen Möchtegern-Islam-Kurs anzubieten. Im Jahre 2002. Auf Bitten von wem? Von der nordrhein-westfälischen, ich weiß jetzt nicht genau, wie sich die Institution nennt, um einen Islam zu schaffen, in Anführungszeichen, beziehungsweise herumzudrehen, wegen dem 11. September, wo man alles entschärft. Islam-Leid. Islam-Leid. Kein Gebet. Zero, das ist zero, genau. Islam-Leid. Das heißt, Gebet muss man nicht. Gebet muss man nicht, weil Gott braucht ein Gebet ja nicht. Wer beten will, kann ruhig beten, wir verbieten es noch keinem, noch keinem. Fasten haben sie schon verboten? Musst du fragen, ach hier kam ein Bruder, hier kam ein Bruder hin, hier kam ein Bruder, hier kam ein Bruder, weißt du was der erzählt hat? Bei dem kam einer von diesen, von diesen, von diesen Flitzpiepen in die Klasse und hat da einen auf Islam Psychologe gemacht. Da hat er gesagt, wer hat denn von euch im Ramadan gefastet? War ja heiß. Er war ja heiß, hat er mir nicht erzählt, aber ich jetzt als Beispiel. Wir zeigen einige auf. Dann hat er, ja, also Fasten im Ramadan, Ramadan ist haram, weil das schadet der Gesundheit. Da sagt der Bruder ja, wenn Allah das uns so offenbart hat, dann kann das ja nicht schädlich sein. Verstehst du? Ach hier, überleg mal, ach hier, wer eine Sache, die mit Ijma, wie das, wer beim Fasten nur sagen würde, das ist Mustaheb im Ramadan, der wäre kefir, weil er eine Säule des Islams leugnet. Ach, das ist nicht irgendwie, ach, ob jetzt Bad oder verstehst du, das ist eine Säule des Islams. Bunyel Islamu Allahams. Aber der sagt nicht nur, dass es Mustaheb, der sagt, das ist haram. Haram. Das ist neue Islam. Und wer steht auf? Kein Mensch. So. Oder zumindest fast keiner. Also ich habe zumindest keinen jetzt gesehen. Ach, da muss man gegen, da muss man gegen vorgehen. Zuerst, pass auf, was was die zuerst in diesem Kobing-Islam-Seminar, was die zuerst für einen Typen hatten, der dann irgendwie nachher rausgeschmissen wurde. Der Typ, der hat sich Mohammed genannt, ich glaube, Kalisch mit Nachnamen, oder wie, wie war der? Ist ja auch egal. Auf jeden Fall, der hat ne, geleugnet, dass es den Propheten Mohammed gab. Beziehungsweise, der hat gesagt, ja, es gibt keine historischen, man weiß es nicht genau, ob es ihn gab oder nicht, also es gibt keine, und die anderen Propheten haben auch keine historischen. Achhi, guck mal, wie weit es gekommen ist. Und weh, du sagst, was da ging, dann bist du radikal. Achhi, was ist denn hier noch, was ist denn hier noch metaphorisch? Der Prophet Mohammed ist metaphorisch im Koran. Der nächste Koran ist sowieso metaphorisch. Im Koran steht, der Koran ist von Allah, ja, Allah gibt es auch nicht, der ist metaphorisch zu verstehen, oder was? Achhi, wie, wohin soll das führen? Achhi, und so einen Schrott versuchen die unseren Kindern, versuchen die den Leuten auf der Schule beizubringen. Und er erzählt dann einer von diesem Seminar, wie sie da Jugendliche mit der Zeit vom größten Kuffer überzeugt hat. Vom größten Kuffer. Ja? Um dann nochmal drauf zurückzukommen. Wie gesagt, Brüder, wie gesagt, Brüder, wir müssen arbeiten. Insbesondere, wenn wir sowas sehen. Deswegen trefft euch in Wohnungen. Zusammen. Lernt was miteinander. Ja? Was ich eben gesagt habe, und dann macht ihr einmal die Woche Street Dauer. Einmal die Woche Street Dauer. Entweder mit DVDs, kann man einer was holen, DVDs, Plakate, damit wir das mal zeigen. Man braucht uns nur die Rohlinge zu schicken. Und wir machen demnächst in Schale ein Seminar. Und jetzt, Leute, kommen wir aufs Eingemachte. Jetzt kommen wir aufs Eingemachte. Alle Leute, die Dauer machen auf der Straße, weil die Straßen haben wir jetzt noch. Ja, ich habe damals gesagt, wenn sie uns die Moscheen verbieten, gehen wir in die Halle. Wenn wir in die Halle gehen, auf die Straße, wenn sie uns die Straße verbieten, und schicken uns einen Knast, machen wir eine Knast Dauer. So, Inshallah. Auf jeden Fall, wir wissen ja nicht, wie weit es noch kommt. Aber Brüder, was wir wollen ist, wir wollen in Deutschland, wir haben jetzt circa 900 Dauer Soldaten, also das heißt Soldaten, die nicht mit der Waffe schießen, sondern die mit Wissen schießen, die die Wahrheit darstellen. Es sind solche DVDs zum Beispiel, die Frau im Islam, das Vaterunser widerlegt, das Christentum. Wie viele DVDs haben wir jetzt? Wie viele verschiedene Themen? Über 50 Themen. Über 50 Themen. Das heißt, du gehst auf Leute zu, hast vielleicht ein T-Shirt an, wo was draufsteht, und du kannst ihnen eine entsprechende DVD geben. Ihr wählt die zum Beispiel aus, welche ihr passend findet, welche ihr gut findet, Frau im Islam, etc. So. Wir haben jetzt ein System gefunden, der Bruder hat das gestern ausprobiert, es haben gestern in 30 Minuten oder vorgestern zwei Leute den Islam angenommen. Das ist eine bestimmte Art und Weise, wie man Fragen stellt, Fragen stellt und Antworten gibt. Und wir wollen dieses System jetzt einführen. Richtig groß einführen. Und deswegen, liebe Geschwister, alle, die daran interessiert sind, erstens, Brüder, macht eure Wohnung zu Dauerzentren. Ihr müsst euch bewegen. Hier wird versucht, den Islam zu zerstören. Ganz klar. Das sieht man an dieser komischen Universität in Münster. Ja, die erreichen über die Schulen alle Leute, bringen denen den größten Kuffer bei, dass es noch nicht mal das Gebetpflicht ist, dass es keine Hölle gibt, und so weiter und so fort. Ja, das heißt, wir müssen jetzt agieren. Und da die Moscheen unter Druck sind, müssen wir das in den Moscheen zu Hause durchführen. Ihr könnt immer wieder neue Brüder einladen, mit denen über den korrekten, über den richtigen Islam reden, der Hand und Fuß hat, der auf Koran und Sunna basiert. Das ist Punkt Nummer eins. Punkt Nummer zwei, ihr müsst euch dann organisieren, auf die Straße gehen. Ihr wisst, das Lease-Projekt, an manchen Stellen hat man ihnen keine Genehmigung mehr gegeben. Was ist die Lösung? Wir gehen einfach auf die Straße, ohne Genehmigung, und stellen keinen Stand auf, sondern sprechen die Leute einfach an, haben eine Tüte dabei mit DVDs. Das ist nicht verboten. Und wir bringen euch diesen Dauerplan bei. Wir machen inshallah, Ende des Jahres, wir haben jetzt das Jahr 2013, Ende des Jahres, bis zum Ende des Jahres machen wir ein geheimes Seminar, das nicht öffentlich ist, sondern nur für die Leute, die Dauer machen wollen. Ihr müsst uns kontaktieren, damit wir euch kontaktieren können, und wir werden euch da in zwei, drei Tagen einführen. Und dann wird ab Januar das neue System eingeführt, inshallah. Ich habe mit dem Ibrahim Abunadji auch schon über die Sache geredet. Wir wollen insgesamt, es können nicht alle Leute dabei teilnehmen, wir wollen insgesamt 1000 Leute ausbilden. Diese 1000 Leute, die sollen in ihre Städte gehen, Wohnungsdauer machen, und sollen immer wieder neue, und sollen auf der Straße dieses Dauersystem einführen. Dann habt ihr die Aufgabe, in diesen privaten Dawa-Zentren zu Hause die Leute einzuladen, und wir machen ein anderes Seminar, das bringen wir euch auch bei, wie bringt man neuen Leuten den Islam bei, die grundlegenden Sachen, Gebet, Fasten etc. Haben wir auch ein System für. Das hat ein Bruder erstellt. Deswegen, wer mitmachen will, wer ein Gesandter des Gesandten Allahs in dieser Zeit werden will, wer bei diesem Dawa-Kurs mitmachen will, der soll uns Bescheid sagen, wir können am Anfang nicht alle auswählen. Wir werden meistens Leute auswählen, von denen wir schon eine gewisse Loyalität bisher gesehen haben. Wie gesagt, bewerbt euch dabei, wir werden inshallah diesen Dawa-Kurs anbieten, und jeder soll schon mal den Dawa-Kurs, den ich gemacht habe, weil da sind sehr viele Parallelen, soll er sich schon mal angucken. Er soll sich den angucken und auswendig lernen. Und wer ein Ziel hat, ist meistens schwer aufzuhalten, weil Allah sagt im Koran, Und die sich auf unserem Weg bemühen, dem werden wir unsere Wege leiten. Suche 29, ganz am Ende. Möge Allah uns helfen. Und Allah sagt im Koran, Es ist unsere Pflicht, den Gläubigen zu helfen. Und Allah sagt im Koran, Wenn ihr Allah helft, Allah wird euch helfen. Und Allah sagt im Koran, Wenn Allah euch hilft, so kann euch niemand besiegen. Und wenn er euch in den Stich lässt, wer will euch danach noch helfen? Auf Allah sollen die Gläubigen vertrauen. Deswegen, Brüder, vertraut auf Allah und Schwestern. Macht mit und lasst uns gemeinsam die Menschen hier in Deutschland vor der Hölle retten. Ja? Lasst uns gemeinsam die Menschen vor der Hölle retten. Wir wollen keinen besiegen. Wir wollen die Menschen in Deutschland nicht besiegen. Wir wollen die Kuffar in Deutschland nicht besiegen, die Nichtmuslime nicht besiegen. Sondern wir wollen gemeinsam mit den Nichtmuslimen in Deutschland gewinnen. Gegen unseren gemeinsamen Feind. Der heißt Iblis, Shaitan, der Satan. Und man kann nur gegen ihn gewinnen mit diesem Wort. Ich bezeuge, dass es keine Gottheit gibt außer Allah. Und ich bezeuge, dass Mohammed sein Gesandter ist. Aduhkurukau lihaazha. Asta'firullah al-Aliya lakum wa lisa'il muslimin. Subhanakallahu mawabihamdika sharwalla ila ila iland. Asta'firukatub alaikum.